Nach einem Mord an einem Lehrer in Frankreich ist gegen zwei minderjährige Schüler ein Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zu einem Mord mit Terrorhintergrund eröffnet worden. Die 14- und 15-Jährigen stünden unter Justizaufsicht, wie die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft bestätigt. Das bedeutet, dass sie unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt werden. Der 18-jährige Angreifer kannte den Namen des Lehrers und die Adresse der Schule, wie die Ermittler erklärten. Er habe allerdings nicht gewusst, wie der Lehrer aussah. Den beiden Minderjährigen wird nun vorgeworfen, dem mutmaßlichen Täter gegen Geld am Tag des Attentats eine genaue Personenbeschreibung des Lehrers geliefert zu haben. Der 47-jährige Lehrer wurde am vergangenen Freitag in einem Pariser Vorort, den Ermittlern zufolge von einem 18-Jährigen getötet und dann enthauptet. Der mutmaßliche Terrorist mit russischen tschetschenischen Wurzeln wurde später erschossen. Das Motiv war demnach, dass der Lehrer im Unterricht Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte. Frankreich hat am Mittwochabend in einer bewegenden Zeremonie an den getöteten Lehrer erinnert. Wir werden nicht auf Karikaturen und Zeichnungen verzichten, sagt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Dieser Mord hat Frankreich aufgewühlt, denn mit dem Angriff auf einen Lehrer ist die Schule als zentraler Baustein der Republik und damit der französischen Nation getroffen worden. Das Motiv ist die Schule als zentraler Baustein der Republik und damit der Französischen Nation getroffen worden.